heute passiert folgendes ich werde heute eine kleine fashion show machen diese wird per live stream auf facebook übertragen das ganze wird untermalt von einem coolen dj-set von grab masters sunshine und was noch viel wichtiger ist oder warum eigentlich die aktion heute stattfindet ist wir wollen ein zeichen setzen gegen mobbing in welche solche in die kamera gucken oder soll ich einfach so gucken wie ich ja mega kann man nicht anders sagen hat doch gerade einen kleinen wutanfall hatte da wirklich meine büchse gegen die bildtonne geworfen hier kennst du ja schon von der vom letzten live stream alles schon aufgebaut wir haben ja erst dann wirklich bis 4 uhr morgens haben wir hier geprobt noch mal mit schlau das hier ist mein stuhl i love nachher wenn hier die scheinwerfer annehmen und die kamera an ist dann geht es los und dann wird ja auch so die pure power dr sind so ein bisschen durch den raum fließen jetzt am anfang hieß es ja nur domenico singt heute aber jetzt ist ja noch tony trips dazu gekommen richtig tony trips ist noch dazu gekommen und julian fm steckel wird heute noch singen wort gar für die königinnen richtig geil kann ich wollte ich werde mir jetzt erst mal die haare machen ich sehe mich ein bisschen verpeilt aus ich sehe aus wie ein steuner ich muss ja auch immer ganz ehrlich sagen ich bin ja auch sehr genau bei sowas also gerade so vor veranstaltungen gehe ich immer hier zu meinem lieblings friseur ist ein türker aus der langen straße gold cut und ja wie gesagt der macht es am besten wenn es wirklich wichtig dass gerade vor solchen auftritten auch alles perfekt sitzt da bin ich auch sehr sehr eitel weil ich bin immer so wenn ich mich selbst an meiner haut wohlfühle wenn ich finde ich sehe gut aus so habe ich auch ein viel viel krasseres selbstbewusstsein da kann ich sogar kleinere fehler über spielen obwohl ich sowieso jemand bin ich nehme mich ja selbst jetzt auch nicht so ernst also ich kann auch sehr gut über mich selber lachen dementsprechend habe ich auch immer so eine gewisse lockerheit dass ich jetzt nicht verkrampft oder so bin naja ja ok so wie ich vor drei Jahren mit dr sinzen angefangen habe hätte ich jetzt nicht gedacht dass man solche leute irgendwie so bei mir im garten sind und wir machen eine kleine gartenparty aber darauf habe ich lange hingearbeitet jetzt holen wir erstmal toni ab sehr sehr hübsche frau genau sie wird heute auch model machen mit einem coolen song hier auch noch performen hallöchen anastasia hey hallöchen du ich wollte mal fragen ich hole jetzt auch gleich toni ab soll ich dich gleich mitnehmen oder willst du noch ein bisschen im hotel bleiben dann kann ich auch mitkommen ok ja also ich muss auch ganz ehrlich sagen ich bin auch echt ein typ so ich kann eigentlich auch wirklich nicht mehrere sachen gleichzeitig also heute ist es wirklich eine komplette überforderung also ich war auch früher in der schule nie gut gewesen hatte immer probleme und bin eigentlich froh dass ich einfach meinen abschluss irgendwie geschafft habe aber ich bin überrascht wie ich heutzutage es schaffe sowas zu koordinieren oder überhaupt die leute dazu zu begeistern und anastasia fühlst du dich denn wohl in karo ist perfekt ich kann mich sogar ein bisschen aus ich habe friedhof heute gefunden dass ich kaffee gesucht habe und du hast dich gestern mit timmy und tommy gut verstanden ja timmy und tommy sind ganz gut vielleicht klaue ich dir heute ich muss mal ganz kurz hier rauf gehen leute guckt mal hier wie wie anastasia sich mit timmy und tommy ach hier kann man das hier irgendwie posten nee da wusste ich noch nicht dass es timmy und tommy sind ja genau hier war in der story von anastasia sie liebt timmy und tommy auch timmy ist ja süß so toni hast du alles gefunden hast du schon aus dem urlaub zurück ja ja ich wollte ja ich hatte eine one-way gebucht aber weil jetzt bis heute ist bin ich schon früher aber ich flieg noch mal nächste woche ist immer am besten wie geht es dir ja gut ihr müsst mal erzählen woher ich kennengelernt habe ja wo haben wir uns kennengelernt wir haben uns beim campen kennengelernt wir haben Urlaub gemacht wir waren zu einem tollen Urlaub ohne Essen das war ein Detox-Urlaub ohne Essen in dem nächsten Jahr wir haben nichts mal für den Detox-Urlaub bezahlt also richtig gut alle haben abgenommen alle waren gesund vegan haben wir gelitten nein haben wir gar nicht scheiße aber trotzdem sehr gesund alle haben irgendwie Känguruhoden gegessen ja das liegen wir doch ja das liegen wir doch Moment sorry soll ich dich angucken ne O-Ton ich muss erst mal wieder reinkommen in diesen O-Ton also ich unterstütze die Aktion heute weil ich selber damals krass das Cybermobbing erfahren habe wo ich auch selber in der Psychiatrie war und auch die Schule abgebrochen habe und das komplett mein Leben verändert hat aber jetzt im Endeffekt muss ich sagen so ganz positive weil ich halt daraus sehr viel über mich selber kennengelernt habe und sehr viel Positives rausgezogen habe aber ich finde es geht einfach gar nicht wenn jemand in einer Art und Weise irgendwie gemobbt wird ob es im Internet ist ob es in der Schule ist oder irgendwie irgendwo ich finde das geht gar nicht und ich bin Model für Doktor sind Freude mit der wunderschönen Anastasia auch das Thema Mobbing das finde ich auch wichtig weil das betrifft wirklich jede von uns also jede Person auf eine oder andere Art und Weise wurde von Mobbing betroffen und er hat vielleicht auch selber gemobbt ja und bei mir ist das auch der Fall ich kenne mich mit Cybermobbing sehr gut aus leider ich hatte ganz schlimme Erfahrungen mit Stockers gehabt ja und ich hatte auch Mobbing in einer Beziehung wo mein Ex mich so fertig gemacht hat dass es in einer sehr schlechten Essstörung endete damals und das hat mir Jahre gekostet wieder mein Selbstbewusstsein aufzubauen und wieder diese Essstörung zu heilen ja und deswegen finde ich das ist ein sehr sehr wichtiges Thema und das muss angesprochen werden und vor allem die junge Leute die müssen wissen das ist halt nicht okay das ist nicht normal wenn dir jemand sowas sagt wenn jemand dich fertig macht für etwas vor allem wegen Äußerlichkeiten weil es gibt Sachen die man nicht ändern kann Gewicht oder Stimme oder weiß ich nicht Aussehen das für sowas darf man nicht mobben also wenn man in der Öffentlichkeit steht dann ist man noch mehr die Zielscheibe für Mobbing weil da kommen noch Leute dazu die man gar nicht kennt und die halten das für wichtig dir jeden Tag zu schreiben und so weiter dann blockierst du dir und dann kommen sie wieder weil manchmal merkt man das sogar das ist die gleiche Person von der Schreiweise ja aber jetzt ich habe schon so vieles erlebt jetzt bin ich stark geworden ich bin selbstbewusst geworden ich kann mich auch wehren wenn ich will weil manchmal ignoriere ich das einfach das ist ja egal ja aber ich möchte auch anderen Leuten zeigen dass es halt geht dass man einfach drüber stehen soll weil diese Leute wenn sie etwas sagen das ist halt Problem von denen das ist fällende Selbstbewusstsein von diesen Menschen und es entspricht nicht der Wahrheit es heißt nicht dass ich hässlich bin es heißt nur dass diese Person nicht besseres zu tun hat gerade ja ich würde sagen wir gehen jetzt einfach mal ein bisschen durch den Garten gucken was da alles so läuft und ja Uiuiuiui holler die Waldfee richtig geile Pressewand kannst du ruhig durchgehen Dekobiene also wenn man irgendwie mal eine Pressewand für eine Veranstaltung haben will muss man sich bei Dekobiene melden Jo Haxen und wie fühlst du dich heute? Jo ganz gut die Sonne scheinen super Wetter wird ein Hammer Ding heute werden ich muss ja ganz ehrlich sagen so deine Gifts die gehen ja gerade richtig durch die Decke ja die sind noch Hammer geworden also hat uns Spaß gemacht ey das ist unglaublich ich hab mit Haxen irgendwie Gifts gemacht vor drei Monaten oder so und heute hat Claudia Effenberg ein Gift gepostet wo Haxen auch dabei war wo ich sie gedacht habe Alter Hammer Claudia Effenberg dann irgendwie Curry Paule Simone Ballack hat irgendwie auch ein Bild also mit seinem Gift gepostet wo er immer so hier macht müsste mal gucken mega lustige Sachen also ja die sind auf jeden Fall ganz schön gut geworden hat uns Spaß gemacht ey und man muss ja dazu sagen beim ersten Livestream hier war ja Haxen auch Model gewesen genau hat da wirklich richtig richtig top gemacht und er wird heute auch ein bisschen tanzen also er wird ja auch ein bisschen so helfen das ist ja so das krasse er wird so ein bisschen helfen auch natürlich was hier im Hintergrund passiert aber er wird heute auch zu Julian Stöckels Song Wodka für die Königin wird damit tanzen Ja das mache ich da freue ich mich schon sehr darauf Ich liebe Julian F.M Stöckel Wahnsinns Typ Okay komm Haxen wir haben was zu tun Wer ist wer? Ja also das ist Mrs. Nina Cartier Altes Berlin Tag und Nacht Urgestein Also ich glaube wenn jetzt Nina irgendwie durch Berlin läuft jeder erkennt sie Reality Star Viele ja Seit 100 Jahren Welchen Berührungspunkt hast du mit Mobbing gefangen? Ich wurde in der Schule tatsächlich sehr extrem gemobbt so weit dass ich auch gar nicht mehr zur Schule gehen wollte und ja jetzt kommen sie alle wieder angekrochen Also bei mir ist es einfach so dass mir das völlig egal ist was andere Menschen über mich denken das war auch in der Schule so und ich glaube dass ich auch heute nur so eine starke Persönlichkeit habe weil ich das erfahren habe als Kind Ja also ich bin Christina und das ist meine Partnerin Julia F. und ja ich denke mal Mobbing ist Standart bei uns gerade in unserer Szene Ja ich wollte gerade sagen als lesbisches Pärchen ist glaube ich Mobbing immer ein Thema also ich glaube gerade in der homosexuellen Szene ist es immer noch ein Thema auch wenn man denkt dass es alles offen ist Genau Und Erik kennen wir schon etwas länger schon glaube ich drei Jahre mindestens Ja auch über Instagram genau der hat mich damals angeschrieben gesagt wollen wir was zusammen starten ich habe gesagt cooler Typ machen wir ja und seitdem wann ist das so ja Ja Und was erhoffst du dich von heute? Einfach also ich bin Pflegekraft so eine ganz relativ einfache Pflegekraft und auch in der Pflege tatsächlich ist das Thema Mobbing gar nicht so ohne Also man denkt immer irgendwie in der Pflege ist alles heiti tight aber ich glaube dass in der Pflege auch gerade so Lesben, Schwule, Tätowierte, dass da auch immer das Thema Mobbing auch auf der eigenen Station oft aufkommt Also dadurch hoffe ich dass wir das einfach mal ein bisschen mehr aufklären können und ein bisschen zur Seite schieben können Warum Doktor Silice? Du bist ja kein Arzt Ja weil ich denke einfach wenn ich jetzt kein Moddesigner geworden wäre dann wäre ich wahrscheinlich Doktor gewesen in Allgemeinmedizin Das finde ich übrigens auch so das geile an der ganzen Nummer dass wir wirklich so komplett unterschiedlich sind aus unterschiedlichen Branchen aber irgendwie funktioniert es trotzdem und jeder gibt so irgendwie seinen Teil dafür dass das am Ende eine geile Sache hier wird Ein Schuh wird da draus Sie kennen mich vielleicht nicht aber die Leute habe ich ein Kärtchen mitgebracht Okay Bröselmann ich bin Säcker, ich bin Sänger Okay, perfekt Sehr bekannt, hab zwei Songs Mhm Ich bin sehr berühmt Sehr berühmt ja Ich wollte zu ihren auf die Party Okay, okay Der Domenico ist mein Bruder Ach der Domenico Wir sind so pro sind wir Ne Also er hat mir gestern erzählt dass sie hier eine Party haben Richtig ja Ja da habe ich gedacht ich setze mich hinzu und bin los und vor allem bin jetzt hier Willst du auch singen oder wie? Nee, nee, nee Ich wollte ein paar Prominente kennenlernen Komm Rindbröselmann Ja das freut mich Ich bin drin Ich bin drin Ich bin drin Ich bin drin Das gibt es nicht Was habe ich euch immer gesagt Man muss sich nur trauen Er läuft nicht Guck mal willst du mal auf den roten Teppich irgendwie mitkommen? Oh doch Wie immer Habt ihr euch gesehen? Ich gehe jetzt auf den roten Teppich Bitte Guck mal Hey Ich bin ein bisschen aufgeregt Das ist für mich das erste Mal Guck mal Kommst du ins Fernsehen? Nee das ist Fernsehen Das wird euch reißen Dann muss ich mal gucken Sehen sich gut aus Bauch reinziehen Sehen sich gut aus ja ne Ich bin nämlich auf der Summe Ich bin Single Man sieht das ne Und man hat mich gesagt Ja das sind ganz viele prominente Judaus in den Menschen da Da habe ich gesagt Dann darf ich nicht wählen Schließlich Bin ich bei uns für Sex im Weg zuständig Ich bin die Marie-Charlotte Ich komme aus Cottbus Bin Moderatorin und Model Und genau Kenn Erik jetzt schon seit einem Jahr Und war schon mal bei zwei Shows von mir mit dabei Warum unterstützt du gerade diese Aktion? Ich finde Mobbing ist ein sehr sehr schlimmes und auch wichtiges Thema Ich habe selber auch schon mal damit zu tun gehabt Und ja ich finde das zieht sich schon immer so durchs Leben hindurch Wenn ganz viel Neid entsteht bei anderen Leuten Oder bei mir war es so, dass bei meinem früheren Arbeitgeber sehr viel Neid aufkam Weil ich mal Miss Brandenburg geworden bin Und da wurdest du halt nur auf deine Schönheit runter reduziert Und es wurde halt gesagt, dass du nichts anderes weiter kannst Und sich dagegen durchzusetzen und wirklich trotzdem stark zu bleiben Das ist halt immer die Kunst Ich bin Cherry Johnson aus Berlin Und ich darf hier heute ja für ziemlich viel glaube ich verantwortlich sein Ich übernehme die Koordination zusammen mit meinem Team natürlich Ganz alleine kann man das ja nicht alles tragen Es werden ja sehr viele Leute heute hier sein Tolle Persönlichkeiten Und dazu übernehmen wir auch den Stream Alles steht und fällt mit einem wichtigen Mann Und genau dazu werde ich Erik auch für die Moderation unterstützen Und dann gibt es noch, wie gerade schon gesehen Eine kleine Einlage im Bereich LED Lichtschuss Könnten Sie aber bitte irgendwas machen hier Wir sind hier nicht bezahlt worden, um hier nichts zu machen Was ich an Dr. Sinssen so schätze Ist definitiv seine authentische Ader Dr. Sinssen verstellt sich für niemanden Und sein Produkt, was er bisher so aufgezogen hat Spiegelt ihn noch selbst zu 100% wider Und ich denke, das unterscheidet ihn auch aus vielen anderen Menschen in der Branche Die sich anpassen und sich verändern Und eben nicht sie selbst sind zu 100% Ja, also jetzt geht es ja gleich los Und die Vorbereitungen sind ja schon alle so abgelaufen Also wenn jetzt kein Fehler passiert Dann wird das echt ein geiler Abend werden Hast du ja eben Arbeit im Grandmaster Sunshine schon angerufen Richtig Der Star-Budget hat letzte Woche bei John Travolta Auf deiner Privatmedizin gespielt Ist das für dich, dass so ein Star-Gast dein Budget ist? Ich muss ganz ehrlich sagen Dass Grandmaster Sunshine hier in Karo aufläuft Ist für mich eine Genugtuung Weil solche Leute Vor drei Jahren haben mich noch nicht mal irgendwie mit der Wimpe angeguckt Jetzt sind sie auf einmal da und legen auf Also wirklich Ich hoffe, dass Grandmaster Sunshine auch hier genauso aufliegt Wenn er in Miami oder in New York ist Woher kennst du Erik? Was machst du heute? Ja, Erik habe ich kennengelernt Anfang des Jahres Im Januar Bin schon mal dort auf der Fashion Show von ihm und Harald Glückler gelaufen Und haben uns im Vorfeld über mein Management kennengelernt Toller Typ Sportler Kommt ja aus dem Sport Und klar war sofort Feuer und Flamme Einmal Model Einmal auf dem Laufsteg Und jetzt bin ich das zweite Mal hier Und warum unterstützt du das Thema Mobbing? Welche Berührungspunkte hast du damit? Ich glaube, dass Mobbing jeder irgendwann mal erlebt hat Ob jetzt nun im Kindesalter oder in der Schulzeit Selbst als Erwachsener hat man immer wieder damit irgendwie zu tun Oder wird damit konfrontiert Und ja, das ist halt leider Gottes mittlerweile für ganz viele völlig normal gewesen Oder geworden Und ja, deswegen sollte man da alles Mögliche tun, um gegen anzukämpfen Was tust du denn gegen Mobbing? Wie setzt du dich ein? Ich setze mich immer für die Schwächeren ein Auch wenn man halt Ich sage jetzt mal Im Sport bei uns Jemand sagt Der ist nicht gut Und der ist schlecht Und was will der da? Gerade dann Versucht man die Hand drüber zu halten Und zu sagen Hey, ganz ehrlich Gib dem doch eine Chance Mach es doch besser Und das gleich alles zu entschärfen Man munkelt Philipp Plein ist so dein größter Konkurrent Was sagst du dazu? Ich würde Philipp Plein jetzt nicht als Konkurrent bezeichnen Ich denke, er kann irgendwann mal in meine Liga kommen Wenn er weiter hart arbeitet Und ich denke Ja, die Ambitionen hat er Aber er ist noch nicht da Ja, ich bin heute hier Weil der Erik, ja der Dr. Sintzen Hat mich eingeladen Hier dabei zu sein Und es ist ja auch das große Thema Anti-Mobbing Und ja, da finde ich natürlich immer toll Dass man sowas auch als ein großes Thema macht Weil es ist gerade ein großes Thema Es wird auch immer größer werden Gerade jetzt, wo sich alles nur noch in Social Media abspielt Und gerade im Internet findet ja Mobbing leider sehr stark statt Und das verbunden natürlich auch noch mit Fashion Ist toll Dann haben wir jetzt gerade auch noch Corona Ist natürlich schön, dass man auch mal wieder zusammenkommt Nicht verlernt Auch wieder, ja das wirklich zueinander zusammen zu sein Und deswegen genieße ich heute den Abend Also ich finde es immer toll, wenn junge Menschen Die eigentlich aus einem ganz anderen Business kommen Und er kommt aus dem Profisport Jetzt was ganz anderes machen Nämlich jetzt Fashion Und auch den Mut haben Die Seiten zu wechseln Das finde ich immer toll Und der macht das wirklich richtig, richtig gut Wenn man überlegt Das ja gar nicht so lange bis jetzt im Business ist Und was er schon erreicht hat Sehr, sehr toll Also ich muss sagen Ich bin großer Fan Und sag ihm natürlich auch immer wieder Kannst du nicht ein bisschen freizügigere Sachen machen Weil ich natürlich als Nacktschnecke und so Ich muss immer irgendwas zeigen Ich trage heute auch ein T-Shirt Oh Gott, das ist für mich total komisch Weil ich natürlich immer gerne so mache Aber ich finde seine Mode schon ziemlich cool Erich Schön, dass du hier bist, Mensch Hast du ja gleich gefunden Aber sag mal, so geht es ja nun ja nicht Ich hab dir gesagt, du solltest dich richtig vorbereiten Ja, das ist eben mein Style Ja Warte mal, am Ende muss ja alles so sein Sieht auch richtig Absolut, absolut Warte So Jetzt passt das Danke dir Carsten Guck dir das mal an Ich hab dich schön gesehen War das so geil? Ja Und gut, oder? Wir beide in Großformat, ja, direkt bei dir an der Wand Ja Kannst du auch dann noch die Wochen danach aufpassen, wenn du möchtest Zu 100 Prozent Also ich hätte nie gedacht, dass ich Carsten Also mit Carsten Stahl mal zusammen auf so einem Banner bin Richtig geil Ja, ich hätte mir auch nie gedacht, dass ich mal am Bundestag bin Aber es passiert ein Wunder Ja, genau richtig Herr Rechmarker, erzähl doch mal, warum bist du heute hier? Oh, ihm oder euch? Genau, warum bist du heute bei der Aktion dabei? Warum ich bei der Aktion dabei bin? Ähm, die Aktion bin ich ja eigentlich Oder es sind wir Es geht darum in Deutschland ein Zeichen zu setzen Für Respekt und Toleranz und vor allen Dingen gegen Mobbing Mobbing Mobbing, das wird vielen ja nicht bewusst Ist eigentlich der Oberbegriff Wenn wir über Rassismus sprechen Ist es nur Oder ist es rassistisches Mobbing Wenn wir über Homophobie sprechen Ist es homophobes Mobbing Aber was die wenigsten verstehen ist Dass wegen Rassismus Oft vielleicht Morde passieren Und Schlägereien Aber wegen normalen Mobbing Wie du bist fett Du bist hechtlich Du stinkst Oder Hurensohn oder Schlampe Bringen sich jeden Tag Kinder um Jeden Tag bringt sich ein Kind in Deutschland Wegen Mobbing um Und drei bis fünf Kinder probieren es Und überleben mit schwersten Behinderungen Das ist die Realität 500.000 bis eine Million Fälle von Mobbing Ein Thema, über das keiner reden möchte Genauso wenig wie über Kindesmissbrauch Was jetzt überall hochkommt Das sind zwei Tabuthemen Und ich bin jemand, der ein Tabubreaker ist Ich mach den Mund auf Ich bin klar, deutlich Und ich sage, was ich zu sagen habe Weil es wichtig ist Und weil es um den Schutz unserer Kinder geht Und wem das nicht passt Der ist mir vollkommen egal Es geht um die Kinder Und nicht darum, ob ich jemanden hier falle Ich muss niemanden hier fallen Ich muss versuchen, etwas in unserem Land zu verändern Und Erik möchte das auch Er möchte auch ein Zeichen setzen Und deswegen sind wir beide heute hier Und nutzen seine Veranstaltung Nicht nur um Klamotten in Szene zu setzen Sondern viel viel wichtiger Etwas in Szene zu setzen Was noch viel wichtiger ist Nämlich der Kampf gegen Mobbing Grundsätzlich ist es so Mobbing gab es schon immer Früher hieß es Hänseln Oder jemanden vielleicht Verarschen Wir haben die Welt schneller gemacht Und wir haben damit Mobbing tödlicher gemacht Und die Waffe, mit der man heute Kinder tötet Ist das Handy Denn wenn wir etwas digitalisieren Machen wir es schneller Heute kann man mit einem Post Ein Kind fertig machen Ein Kind ausgrenzen Und nicht nur in der Klasse Sondern in der ganzen Schule Eben sogar im ganzen Bezirk losstellen Und hier sind heute einige Menschen Die Reichweite haben Ja? Die einen gewissen Bekanntheitsgrad haben Das ist mir vollkommen Latte Ob von A bis Z oder Y Ist mir vollkommen scheißegal Das Wichtige ist aber Dass die meisten von denen Eins noch nicht verstanden haben Dass Reichweite Einfluss bedeutet Es geht um Verantwortung Jeder, der einen gewissen Bekanntheitsgrad hat Hat die Möglichkeit Ein Zeichen zu setzen Aber das Problem ist Dass die meisten von denen Sich gar nicht bewusst sind Vielleicht es auch ausblenden Und unsere Aufgabe ist es heute Oder unser Ziel ist es heute Den da mit Vielleicht eins bewusst zu machen Ihr könnt Dieses ganze Trita Tralala Natürlich jeden Tag nutzen Aber wisst ihr Ihr könnt auch Menschenleben retten Indem ihr Botschaft nach außen tragt Indem ihr mal klar macht Dass da draußen Kinder Für die ihr Vorbilder seid Leiden Es geht darum Eine Kultur des Hinsehens zu erschaffen Und nicht des Wechselns Und des Schweigens Das tut die Politik schon Wir haben die Möglichkeit Als bekannte Persönlichkeiten Ein Zeichen zu setzen Und das machen wir heute Und eins könnt ihr euch sicher sein Diesen Moment Wenn es soweit ist Werdet ihr verstehen Das ist der Moment Wenn die alle verstanden haben Dass das wirklich Ein gefährliches Thema ist Es geht darum Vorbild zu sein Und Erik Nutzt seine Marke Genau wie ich meine Marke Um etwas zu verändern Und er benutzt Sein eigenes Label Dr. Sinson Um ein Zeichen zu setzen Für Respekt und Toleranz Und gegen Mobbing Und das ist vorbildlich Und deshalb stehen wir beide heute hier Um mit Chemstahl Stopp Mobbing Und Dr. Sinson Ein Zeichen zu setzen Und alles andere Ist nebenbei Es geht hier um den Schutz Unser Kinder Also was hat jetzt Mode mit Mobbing zu tun? Ja was hat Mode mit Mobbing zu tun? Mobbing hat mich einfach zu dem gemacht Was ich heute bin Weil es war früher so gewesen Dass ich wirklich in der siebten Klasse Das absolute Opfer war Jeden Tag haben die Leute erzählt Du bist hässlich Du bist dumm Ich war auch nicht der Klügste Oder was heißt der Klügste Ich war eben ein bisschen verpeilt Und Schule war eben nicht so ganz mein Ding Und ich hatte mir aber immer gesagt Jeden Abend wo ich heulend irgendwie im Bett lag Leute euch zeig ich's irgendwann Ich schaff's Ich schaff's mit irgendwas Und egal in welche Richtung Aber ich werde es schaffen Und irgendwann werde ich euch zeigen Leute das was ihr damals mit mir veranstaltet habt Ist das was heute Dr. Sinson ist Und jetzt mein unserer Ja und jetzt hier in seiner Bisschen auch Und wir gehen Danke sehr Danke Super Dank Was mach's Was kann ich denn heute hier erwarten in Karo? Ja was kannst du heute hier erwarten Also heute wird hier ein richtig fetter Livestream laufen Das heißt Grandmaster Sunshine wird hier ein richtig fettes Set auflegen Dieses wird mit meiner aktuellen Dr. Sinson Kollektion veredelt Aber was noch viel wichtiger ist Wir als Künstler wollen heute ein Zeichen setzen Ein Zeichen setzen gegen Mobbing Weil ich damit selbst zu kämpfen hatte Und ich glaube das ist so das Hauch Warum die ganze Nummer heute hier stattfindet Und man hat ja auch schon anhand der Künstler gemerkt Ich hab die angerufen Die hatten auch richtig Bock auf die Sache Und alle haben festgestellt Sie haben auch schon mit Mobbing bis jetzt in ihrem Leben zu kämpfen gehabt Vielen Dank Dankeschön Hey yo Dr. Sinson Mensch mein bester Hallöchen Danke für die Einladung Ja kein Ding Alter ich freue mich dass ich hier mitlaufen darf Wisst ihr was wir setzen heute ein Zeichen gegen Mobbing mein Freund Wir setzen heute ein Zeichen gegen Mobbing und dann bin ich echt froh dass ich hier sein darf Danke Warum ist dir das wichtig? Weil's mir wichtig ist Naja jeder muss ein Zeichen setzen oder? Nobody is perfect Deswegen Wer sich was für was Wer sich was für was besseres hält Hat verkackt in der Gesellschaft Hast du schon Mobbing gekauft? Ja selbstverständlich Bin ich groß gewachsen Hab keine Haare Hab hier und da manchmal einen Sparfieler Aber ich bin so wie ich bin Dank ihnen darf ich auch hier sein Geil Hey Winke winke So jetzt zu dem geilen Fotografen Thank you very much Muss ich noch was machen? Gerne noch zu Einmal ein Also mit Frau Schäfer mach ich keinen bitte schlecht für mein Image Also hab ich keinen zu empfinden Warum bist du hier? Also Herr Doktor Sindermann ist ja ein guter Freund von Herrn Glöckler Und Herr Glöckler ist ja eine Langzeitfreundin von mir Und ich unterstütze ja gerne die jungen Leute Und deswegen bin ich als alter Showhase Und das letzte lebende It-Girl der Welt Natürlich heute hier Was hast du mit Mobbing zu tun? Also welchen Rundgut hattest du denn? Also ich bin natürlich mein Leben lang gemobbt worden von irgendwelchen Leuten Die dachten Bäh Scheißschwuchtel So Aber mir ist es ja eigentlich wenn ich ehrlich bin völlig egal Die können alle sagen was sie wollen Ich bin in einem Alter inzwischen wo es mir eigentlich so scheißegal ist Dass die Leute reden entweder mögen sie mich Oder sie mögen mich nicht Also mir ist es eigentlich wurscht Ich bin da ganz schmerzfrei Wie verwirrst du Ihres Karriere bisher? Naja es ist natürlich immer interessant Weil wenn du so lange wie ich im Showgeschäft bist Und schon so viele kommen und gehen hast sehen Dann ist es interessant zu beobachten ob es bei jemandem nachhaltig wirkt Und ich glaube dass Sindermann sehr viel für das tut was er möchte Das jetzt für immer so bleiben wird Das steht in den Sternen Aber das ist ja auch völlig unrelevant Aber ich glaube er kann es und er macht es gut Und das zählt es man Oh Gott ich bin so gebildet Das ist ja unglaublich Ich werde tolle Interviews geben 5 Euro Dankeschön Ich hätte dir 10 gegeben aber Ja Oh Gott ich liebe Geld Ja ich bin jetzt ungefähr mit 500.000 im Minus Werde wahrscheinlich danach Dschungelcamp Ja aber so ist es eben Mehr Schein als sein Ist die Mordebranche Man schmunzelt sich ja auch mal über Doktor Sinzen oder über Erik als Nachbarn Er ist ja nicht der gewöhnlichste Nachbar Wie finden Sie das was er ja inzwischen auf die Beine gestellt hat als Nachbarn Ja er ist ja noch nicht so lange hier Ich bin ja schon 30 Jahre Und ich finde mal abgesehen von der Arbeit die er macht mit seinem Leben War mir das Motto noch wichtig hier mal vorbeizuschauen War uns ein Anliegen Weil ich habe die ganze Welt gesehen und überall Elend und Mobbing gesehen Und ich gehörte eigentlich immer zu denjenigen die die gemobbten ein bisschen geschützt haben Und da habe ich mich eigentlich immer ganz gut durchgesetzt Und auch viel Dank und Anerkennung dafür geahnt Was ich heute mache Ich werde heute meinen ersten Song hier performen Und ich freue mich drauf Gerade bei so einer Veranstaltung wo man einfach ein Zeichen gegen Mobbing setzt Ich freue mich einfach desto mehr meinen Song zu singen Du hast ja nie sehen, dass du plötzlich den Song rausbringst Für mich war das so Ich meine Träume Ich habe in der Corona-Zeit gemerkt wirklich Wir haben ein Leben Wir müssen einfach machen Wir brauchen nicht an den anderen zu denken wie die das finden Sondern einfach die Träume verwirklichen Und das war für mich auch eine sehr harte Zeit Die Corona-Zeit Und ja Und jetzt will ich einfach was Neues ausprobieren Und will einfach singen Ob es einem gefällt oder nicht Ich werde selber überlassen Ich werde selber überlassen Ich werde selber überlassen Ich werde selber überlassen Und jetzt kann ich dir das Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.